willkommen zu einer neuen folge von minecraft ja wie ich habe schon in den kommentaren gelesen dass der viel gaming meine videos mag deshalb mache ich jetzt einfach mal neuen let's play und ja wie schon gesagt wenn ich hier wieder mal keinen schwachsinn erzählt sondern einfach mal anfangen okay und dann ich bin heute aber diesmal ist es hell und ich habe kein stein und ich habe keine ahnung woran das jetzt liegt gestorben bin ich auch nicht meine sachen sind jetzt alle weg ich habe diese hier weizenkörner keine ahnung warum warum kann ich sie nicht wegweißen warum habe ich nichts mehr was noch alles kann zu spüren ist ja toll ich lasse ihn jetzt hier verrecken weiter was er verreckt nicht warum verreckst du dich warum verreckst du dich warum verreckst du dich verreckt doch verreckt doch na endlich jumping und ja wie ihr schon sehen könnt meine tasten spinnen jetzt nicht mehr das finde ich so richtig geil oh shit ich kann jetzt auch längere Lays machen bis mit dem sie war wie die extra für euch alle damit ich auch längere Videos machen können halt bessere und ja ich hoffe dass es dieses Video dann gefällt wenn ja ach egal ich komme dann später dazu erstmal gehen wir einen Baum da holen also einen Baum fällen ich hoffe mit meinem das mit dem Mikro oder Audio nichts ist also dass man nicht gut hört weil wie ich mein Video schon angeguckt habe da war es ja scheiße weil da halt diese blablabla gekommen ist das hasse ich einfach aber naja passiert halt und ja wenn ihr noch Fragen zu mir habt dann schreibt sie mir in die Kommentare und ja ich würde sagen das war es auch gleich schon mit dem Video wenn ich mit euch jetzt was hier in dem Werkraum gebaut habe ein Holzschwert eine Holzachse äh Spinn dann dann killen wir noch einfach Zombies dann ist ja wieder Schluss das oh hier ist Lava hier müssen Diamanten sein hier ist Lava hier ist Lava hier müssen Diamanten sein ich glaube wir finden gleich Diamanten und ja wie ihr schon hört können und ja wie ihr schon hört können dreht sich schon da so weil ich nicht schlupfen habe tut mir ja natürlich echt leid was mache ich wie dumm bin ich ist ja voll die geile Werkbank erstmal muss man sich ja auch noch hier eine Werkbank craften jetzt brauchen wir ein Schwert und äh wie ich schon gesagt habe brauchen wir noch eine Holzspitzhacke die ich jetzt nicht machen kann aber jetzt kann ich sie machen und Diamanten suchen ist echt toll wenn die Werke jetzt in die Lava fährt ich raste aus ich raste aus oh ich hab so gedacht WTF wenn ich dich in die Lava reinfalle dann bin ich am Arsch aber so richtig unter der Lava könnte man auch nach Diamanten suchen da hab ich keine Ahnung wie die Lava ist Gibt es hier Wasser? Tja ich weiß mal jetzt mit euch riskieren darüber zu jumpen also jetzt nicht schreibt mir in die Kommentare ob ich ja hier so und vielleicht hier in dieser Gegend noch Diamanten suchen soll also hier in dieser Gegend hier wo Lava ist weil da sind die meisten Lias und ja ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja dann abonniert mich oder lasst mir ein Like zu dem Video da und vielen Dank fürs Zuschauen dann bis zum nächsten Video und dann bis zum nächsten Video und dann bis zum nächsten Video und dann bis zum nächsten Video bei der Lava ist bei der Lava ist und dann bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video Vielen Dank.